So, aborragend, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, richtig. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, richtig. Boah! Tja, um Quoten in ungeahmte Höhen hinaufschnellen zu lassen, braucht es natürlich etwas Besonderes. Ja, am besten Sex, denn wir vom Fernsehen sagen immer Sex-Sells. Jetzt denke ich mir nur die ganze Zeit, was muss dann erst sieben alles können? Und deshalb werden Sie jetzt Zeuge eines ganz besonderen Highlights. Sehen Sie, einen Striptease, der bis ans Letzte geht. Nein, nein, nein. Doch, den sparen wir jetzt mal ein. Genau, das ist der Martin. Martin! Martin! Komm her mal. Komm her mal. Da ist er. Gib her. Was wir da sagen wollten, Martin, du bist gekündigt. Nein, Quatsch. Wieso nicht? So, schau her, liebe Frau Töpfel, das hätte ich locker auch allein machen können. Was machst du denn da? Ja, und schon wären ganz viele, ganz viel Kohle eingespart gewesen. Sag bloß, du bedienst deine eigenen Augen. Das ist ja kein Problem. Toll. Ja? Ja. Darf ich einmal? Du kannst auch, ja. Warte einmal. Genau. Schau mal in die Kamera. Da an. Mh, sehr schön. War es auch ziemlich teuer, weil ich habe müssen mindestens einmal im Monat zum Friseur waschen, föhnen, legen. So. Was machst du denn? Das hätte man auch sparen können, weil es ginge ja auch ohne. Ja. Na, so schau ich auch recht hübsch aus. Was jetzt mich anbelangt, waren unglaubliche Kosten für meine Kleidung da, die ja täglich gewaschen wurde. Ja, also mein Vorschlag war gewesen, Momental. Ja. So. Da zeige ich inzwischen diese hübschen Augenbrauen, die mindestens einmal in der Woche erneuert werden mussten. So. Wäre auch ohne gegangen. So. Und so schaut es dann aus, wenn es ganz günstig war. Genau. Aber noch nicht genug. Es gibt aber auch Puppentheater, ganz tolle, die spielen nur mit den Händen. Warte mal, da kann man doch das irgendwo oben klicken. So, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. So, hier wären wir bei der nächsten Möglichkeit, die Geschichte etwas günstiger zu machen. Ja, und schaut noch immer sehr nett aus und kostet schon wiederum ein Eck weniger. Da hätten wir jetzt noch zwei Hände, die meiner Meinung nach luxuriös sind. Da gäbe es aber noch ein Stück unnötiges Personal, nämlich, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ach so. Hätten wir auch einsparen können, ist auch so hübsch. Ja, man könnte es ja so ein wenig schütteln und das schaut auch nett aus. Ja. Andererseits schaut so ja überhaupt komisch aus, das heißt man könnte das auch noch einsparen. Genau. So, weg damit. Und wenn man es genau nimmt, gibt es ja diese hübsche Zeichensprache. Da hätten wir die Stimme, die eh so ekelhaft war, auch einsparen können. Ja.